Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und egelte mich bei den Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham Bay und erspähte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu schützen. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Sieht aus, als ob die Pflanzen weitermontieren. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Die Hülse enthält sich nicht nach dem, diejenigen Sie in die Mannschaft mitzulaantreffen. Die Hülse enthält sich nicht mehr, wie die Fahrt im neutralen Weg zu schützen. Die Hülse enthält sich nicht mehr, sie entlangtieren. Sie sind sehr effizient. Sie sind ein Ratschphäuser und schützen. Sie sind ein Ratschphäuser gibt. Sie sind ein Ratschpfleger. Schöpfen. Ah! Ah, also von liquidat雨in. Ah, blieb ich bin. Ah, blieb ich. Na, wie nimm. Ah, blieb ich. Ah, blieb ich ab! Ah, blieb ich im Ruhige! Das war's für heute. Vielen Dank. Oh! Batman! Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen, aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer, Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Was zum Teufel sind denn das für Dinger? Ich kann nicht. Schuss! Shhhhhhhhhh! Shhhhhhhhhh! Grrr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Getman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der da raufgekommen ist, könnte ich das auch. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich.